Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video mit eurem Xaru und der lieben Xialin. Ja, Entschuldigung, ich versuch's. Ich muss mich darin noch üben. Ich merke es. Ja, es ist der erste Advent. Nein, es ist nicht der erste Advent. Morgen ist der erste Advent. Heute ist der erste Dezember, deswegen. Genau, deswegen Adventskalender. Endlich, aufmachen. Ja, aufmachen. Wir gucken mal. Soll ich zuerst machen? Ja, mach du zuerst. Du hast einen schönen Milka-Trench-Kalender, wahrscheinlich nur Schokolade, oder? Ja, das wird wahrscheinlich nur Schoko sein. Ich seh die 1. Ich bin zu blind. 10, 4, 12, 18, 17, 20 und ein Rollschuh. Ein super Rollschuh. Die passen zum Winter perfekt. Schmeckt doch, da ist sogar Milchcreme drin. Ich wollte gar nicht Milchcreme, ich wollte nur Milka. Also nur Schokolade. Aber wie schmeckt? Ja, schmeckt gut. Vielleicht stehen die anderen ja anders. Was hast du? Wo ist deine 1? Meine 1 ist ja die 11 und da ist die 1. Ja, mach mal auf. Oh, da muss man ja richtig arbeiten dafür. Kinderriegel. Das ist fast das gleiche, wie ich hatte. Kinderriegel. Das stimmt, ja. Guck mal, das ist ja süß verpackt. Ja, putzig. Aber es ist krass, gell? Mehr Plastik als Schokolade. Das war, wenn wir heute einen Adventskranz machen. Jawohl, wir wollen es versuchen. Wir wollen es versuchen, also Adventskranz selber basteln. Ganz einfach mit ein paar alten Adventskranz-Utensilien. Wir waren zu geil, sich Neues zu kaufen, aber das ist ja noch was. Aber sie macht es ja auch Spaß. Ja, jetzt probieren wir erstmal einzubasteln und dann, wenn wir das schaffen, können wir verzieren, wollte ich sagen. Achso, weil es nicht klappt. Für was ist die Zeitung? Zum Unterlegen, oder? Zum Unterlegen, ja. Okay. Wow, ich gehe ja schon. Okay, du bist der Meister, ich helfe dir. Ja, ich bin der Meister. Guck mal, das ist schon mal perfekt für eine Kurve hier. Der ist sowieso so ein bisschen gebogen. Perfekt. Genau. Wir müssen halt jetzt immer so einen Bogen irgendwie machen. Wir haben das noch nie gemacht, ich habe auch noch nie eine Anleitung davon gesehen oder so, aber... Wir machen es einfach mal, wir wissen ja, wie es aussehen soll und das machen wir jetzt einfach mal. Als ob du das schon immer gemacht hättest. Ja, gell? Ja, irgendwie schon. Ich glaube, ich war in meinem vor dem Leben Kranzbauer oder so. Kranzbauer. Okay, jetzt weiß ich nicht, dass es bricht. Nicht schlecht. Ist da eine schöne... Oh, oh, oh. Ein bisschen muss man es, glaube ich, anbrechen, sonst wird das... Ob ich das noch sehr gut halten kann, schauen wir mal. Ja, das ist auch meine Sorge, dass... Ja, aber mach ich halt einfach ein paar Mal rum. Ja, mach mal. Wo denn? Irgendwo dann. Da, also am Ende dann, da, wie du zusammensteckst. Oh, wie schön das aussieht. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Okay, dann mach ich jetzt am besten hier so ungefähr, oder? Okay. Aber es sieht schon mal nicht schlecht aus. Da können wir die Kerzen da genau draufstecken. Da wo ein bisschen mehr ist, dann ist das so ein bisschen weg. Und dann kann man hier so die einzelnen Äste gleich ein bisschen rausziehen. Ja, schützen. Und dann drüberlegen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt zu Hause keinen Adventskranz, aber hättet gerne einen, dann schlagt doch euren Eltern einfach vor. Mami, Papi, ich würde gerne einen Adventskranz machen. Wir brauchen nur ein paar Nadeln und ein bisschen Draht, denn dann könnt ihr einen schönen Adventskranz machen. So, der ist echt mega buschig. So. Wo der Tisch. Gibt's. Na gut. Dann wollen wir Kerzen draufstecken und so, oder? Mal gucken. Genau. Das Lustige ist auch, die sind gar nicht so krass unterschiedlich. Genau. Da vielleicht mal ganz kurz zeigen. Also, wenn ihr dann euch so Kerzen holt, schaut also so was ihr euch holt mit so einem Unterteller. Weil die Kerzen direkt draufstellen, das ist natürlich Quatsch, das ist nicht so schön. Aber hier so mit so einem Spieß, dann kann man da so schön einpixen. Oh Mann, das ist schon wieder zu kurz. Wie grünen deine? Letta. Du hast gar keine, aber egal. Oh Freunde, drei Tage wach. Ja, ja. Warm. Und jetzt sind da noch selbst gebackene Kekse, Alter. Morgen anzünden. Ja. Das ist schon ganz schön geworden. Ja, ist echt super. Was sagt ihr? Ist es uns gelungen? Dann liken. Ja. Dann zünden wir ihn morgen mal an. Ja. Zum Frühstück. So. So, jetzt besser. Jetzt ist es besser. Es ist der erste Advent. Und ist das nicht schön? Wir frühstücken jetzt. Und machen die erste Kerze an. Willst du? Ja, wenn ich darf. Yay. Und jetzt singen. Wir sagen euch an. Was sagen wir denn an? Den ersten Advent. Oh, das ist ja die erste Kerze. Das war ein. Wir haben das so schön gemacht. Ich finde, er sieht, also erstens sieht er mindestens genauso gut aus wie selbst gekauft. Selbst gekauft. Selbst gekauft. Und ich finde, er sieht sogar noch besser aus. Er sieht gut aus, definitiv. Ja. Ich finde, er sieht richtig gut aus. Er ist natürlich wuschelig und vielleicht nicht so perfekt, aber er ist selbst gemacht. Er ist schön. So, dann wünschen wir euch einen schönen ersten Advent. Genau, einen schönen ersten Advent. Seid schön brav die nächsten vier Wochen. Genau. Die nächsten vier Tage, dann kommt der Nikolaus. Stimmt. Der Nikolaus. Ja, also auf jeden Fall Fazit. Kann man machen. Fände ich schön. Machen wir nächstes Jahr wieder, oder? Bin dabei. Okay. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.